Hi, ich bin der Luca und willkommen zu diesem Video. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen bezüglich dem Penisaufbau, der Phalloplastik. Und ja, genau, diese Fragen werde ich in dem heutigen Video beantworten. Let's go! Ich versuche alle Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lange, aber ich glaube, das kriegen wir hin. So, dann zur ersten Frage. Was sollte man für die Zeit im Krankenhaus unbedingt einpacken? Also, was ich ganz wichtig finde, ist ein Verlängerungskabel bzw. so eine Mehrfachsteckdose. Einfach aus dem Grund, weil im Krankenhaus meistens, also ich glaube, das ist eigentlich immer so, dass die Steckdosen hinterm Bett an der Wand sind. Und dann ist es halt einfach nicht so günstig mit seinem Ladekabel. Und das finde ich immer ganz gut. Dann Kopfhörer muss man auf jeden Fall dabei haben, ist wichtig. Beim Aufbau spezifisch finde ich sehr wichtig, was ich selber sehr gerne dabei gehabt hätte. Hatte ich aber nicht dabei und zwar sind Boxershorts, also diese Weiten, wo man eben vorne eine Öffnung hat. Ich zum Beispiel trage halt einfach enge Boxershorts. Ich habe sogar welche mitgenommen und ich weiß nicht wieso, weil ich konnte die nicht anziehen, weil der Penis wird ja verbunden und der muss senkrecht stehen. Und dann kann man dementsprechend einfach keine engen Boxershorts anziehen. Das ist einfach sehr, sehr gut beim Aufbau. Was auch sehr empfehlenswert ist, gerade wenn man Genitaloperationen hat, sind Einwahlwaschlappen und ansonsten halt ja, was man eben so braucht. Was auch sehr wichtig ist, genügend T-Shirts dabei zu haben. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man ja immer ein frisches T-Shirt anziehen kann, weil gerade wenn man viel im Bett liegt, im Krankenhaus, dann schwitzt man auch viel und so. Und dann ist es ganz cool, wenn man einfach immer ein frisches anziehen kann. Dann zur zweiten Frage, wo haben sie die Ersatzhaut bei dir entnommen? Am Bauch oder am Oberschenkel? Mit Ersatzhaut ist das Hauttransplantat gemeint, das eben benötigt wurde, um den Defekt am Arm abzudecken. Und bei mir wurde auch die untere Seite vom Penis wurde mit diesem Hauttransplantat, also Teilen diesen Hauttransplantat, gedeckt. Und dieses Hauttransplantat wurde bei mir aus den Oberschenkeln, also aus den Innenseiten der Oberschenkel entnommen, beidseitig. Ich konnte mir das aussuchen, also das war jetzt nicht so, dass es bei mir so gemacht werden musste. Zur dritten Frage, warum das Hauttransplantat aus dem Oberschenkel und nicht aus dem Bauch? Das hatte ich euch schon mal erzählt in irgendeinem Video. Ich versuche es mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen. Für mich kamen beide Methoden in Frage, auch aus medizinischer Sicht. Also ich habe einfach davon erfahren, dass man es auch aus den Oberschenkeln entnehmen lassen kann und habe dann mit den Ärzten gesprochen und gefragt, ob das eben möglich ist. Und die haben gesagt, ja, das ist bei mir möglich und ich kann es selber entscheiden. Sie würden beides machen. Und daraufhin habe ich dann mir das eine Zeit lang durch den Kopf gehen lassen und habe mir einfach so überlegt, okay, was ist denn so das Endresultat? Das Endresultat ist, dass ich Narben haben werde, entweder in den Innenseiten der Oberschenkel oder am Bauch. Und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, was ist für mich irgendwie besser, weil am liebsten würde ich ja gar keine Narben haben, bin ich ganz ehrlich. Ist aber so, nehme ich in Kauf, habe ich in Kauf genommen. Und ich habe einfach irgendwie ein Gefühl gehabt, dass diese Narbe am Bauch mich stören wird und habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass für mich persönlich die Methode aus den Innenseiten der Oberschenkel die richtige Methode ist und es hat sich auch so herausgestellt. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden und für mich persönlich bin ich auch glücklich damit, dass ich es nicht aus dem Bauch entnehmen habe lassen, aber das muss jeder für sich entscheiden und da kann man auch ganz verschiedene Meinungen dazu haben, ist ganz klar. So, dann zur nächsten Frage. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden und sieht es realistisch aus? Also, Zufriedenheit. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin mit einer realistischen Vorstellung in die OP reingegangen und zwar nicht mit einer Vorstellung, ich werde danach einen Penis haben, der komplett funktionsfähig ist und aussieht wie ein Musterpenis. Das habe ich nicht gedacht und so ist es natürlich auch nicht. Dementsprechend bin ich damit so einen realistischen Gedanken reingegangen und ich finde, das, was ich mir erhofft hatte durch die OP, das haben die Ärzte auch voll und ganz umgesetzt. Und dementsprechend bin ich wirklich zufrieden. Ich habe nicht irgendwie gedacht, dass es großartig anders sein würde, wie es jetzt ist. Was man natürlich bedenken muss und was ihr jetzt auch bedenken müsst, wenn ich jetzt diese ganzen Fragen beantworte, es ist noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar OP's, kommen wir auch noch gleich später darauf zu sprechen. Deshalb ist es auch ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten. So sieht es realistisch aus. Und da hatte noch jemand eine Frage gestellt und zwar, schaut der denn auch aus wie ein echter Penis? Ja, diese Frage jetzt eben, sieht der echt aus, sieht der realistisch aus? Da muss man sich erstmal überlegen, was ist denn ein echter Penis? Und davon geht man natürlich aus, aus diesem, ja, ein biologischer Penis. Wie sieht ein biologischer Penis aus? Und ich glaube, jeder hat da vielleicht eine Vorstellung im Kopf. Aber wenn man mal weiterdenkt, dann weiß man auch, dass diese Vorstellung, die man im Kopf hat, dass nicht jeder Penis so aussehen wird. Weil jeder Penis, egal von einem trans Mann oder von einem biologischen Mann, sieht anders aus. Genauso bei trans Männern, jeder Penis sieht anders aus. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Und manche Penisse sind lang, manche sind kurz, manche sind dick, manche sind dünn, manche haben eine Vorhaut, manche sind beschnitten, manche sind krumm. Keine Ahnung, da gibt es so viele Varianten und jeder sieht anders aus. Manche sind hell, manche sind dunkel. Was ich sagen kann, es gibt optisch schon irgendwo eine Differenz. Man muss auch davon ausgehen, man hat halt einen beschnittenen Penis. Finde ich eigentlich eh besser, meine persönliche Meinung dazu. Was aber auch ganz klar ist, was ich gerade nur gesagt habe, es ist ja noch nicht fertig, es ist noch keine Eichel da. Dementsprechend ist es, wie gesagt, einfach noch nicht fertig, jetzt auch vom Optischen her. Aber, ganz ehrlich, das, was es ist, man erkennt, dass es ein Penis ist und nicht irgendwas komisches anderes oder was auch immer. Es sieht wie ein Penis aus, das kann ich sagen und ich bin ganz ehrlich, es gibt da irgendwie optisch schon irgendwo Differenzen. Aber im Endeffekt, es sieht wie ein Penis aus und warum muss etwas an, weil etwas anders ist oder weil etwas anders aussieht, gleich schlecht sein? Ja, so viel, so kann ich die Frage irgendwie beantworten. Wenn man diese Frage stellt, wie sieht es aus, sieht es echt aus und so weiter und so fort. Wie gesagt, jeder Mensch, jeder Penis, jedes Körperteil von jeder Person sieht anders aus. Deshalb gibt es auch nicht eine gute Antwort darauf. So, nächste Frage. Wird diese riesige Narbe verschwinden oder für immer bleiben? Ich denke mal, mit der riesigen Narbe ist die am Arm gemeint. Die wird nicht einfach verschwinden, die wird natürlich irgendwie für immer bleiben. Ich habe euch ja schon Bilder gezeigt und so wie es momentan aussieht, so wird es nicht für immer aussehen. Die Narbe wird verblassen, so gut wie möglich, hoffe ich zumindest. Ich werde auf jeden Fall meine Narbe pflegen, so wie es mir empfohlen wird und mal schauen, wie es dann aussieht. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber ich werde euch updaten und ich werde auf jeden Fall, ich habe vor, jeden Monat ein Update zu machen. Und dann werdet ihr sehen, wie es sich bei mir entwickelt. Die Antwort auf die Frage, nein, die wird nicht irgendwie verschwinden. Das muss einem auch ganz klar sein, wenn man die OP macht, der Arm wird niemals wieder so aussehen wie davor, ganz klar. Aber ist das schlimm? Finde ich nicht. Also ich finde auch die Narbe nicht schlimm, aber klar, die wird auf jeden Fall immer da sein, aber sie wird definitiv nicht so da sein, wie sie momentan noch da ist. Also die ist ja jetzt noch ganz dunkel und sehr auffällig. Das wird sich auf jeden Fall noch mit der Zeit verbessern. So, bist du jetzt komplett durch oder fehlt dir noch was? Musst du nochmal unter das Messer? Ja, ich muss leider nochmal unter das Messer. Ich muss noch zweimal unter das Messer und ich hoffe, dass es bei diesen zweimal dann auch bleibt. Ja, mal schauen. Ich bin optimistisch. Ich bin immer optimistisch. Bei jeder OP bin ich es gewesen. Und ich hoffe auch, dass es eben bei diesen nächsten zwei OPs bleibt. Die nächste OP wird sein die Eichelnachbildung, der Hosensackaufbau und ganz wichtig auch der Anschluss der Harnröhren. Also hoffentlich nach den nächsten OPs dann ist Pinkeln durch den Penis dann möglich. Warum hast du dich für Bogenhausen entschieden? Ähm, ist gar nicht so eine spannende Frage. Für mich gab es eigentlich nur Planegg und Bogenhausen zur Auswahl. Aus dem Grund, weil ich vor allem den Aufbau aus dem Unterarm haben wollte und nicht irgendwie aus dem Oberschenkel oder so. Zudem, ich wohne in München und in München, ja, gibt es einfach sehr, sehr gute Ärzte, sage ich mal so. Ich will jetzt hier irgendwie eine krasse Empfehlung oder sowas jetzt hier so aussprechen. Aber es ist ganz klar, in der Trans-Community, vor allem bei den Trans-Männern, ist ja München sehr bekannt. Deshalb, da dachte ich mir, wo soll ich sonst denn gehen, wenn nicht hier. Und für mich war eben Bogenhausen und Planegg. Und ganz einfach, ich habe in Bogenhausen schneller einen OP-Termin bekommen. Und deshalb habe ich mich für Bogenhausen entschieden, weil für mich war klar, Planegg oder Bogenhausen nimmt sich für mich nicht viel, weil meiner Meinung nach, äh, beziehungsweise ich habe mir gedacht, dass da die Ärzte sind da super und da super. Also da, deshalb war es dann auch egal. Genau, das ist so der Grund. So, mir ist nach dem Video aufgefallen, dass es doch länger geworden ist, als ich gedacht habe. Dementsprechend werde ich hier das Video beenden und es wird ein Teil 2 folgen. Deswegen, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr von mir zu verpassen und vor allem den Teil 2 nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Teil 2. Bis dahin, ciao.